hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen video vom kanal hier ist wieder eure und heute gibt es einen ikea-vlog mit meinem bruder und mit meiner schwester und wir gehen jetzt durch ikea und ich nehme mich einfach mit so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gönnt euch diesen Kleiderschrank jetzt mal ohne Scheiß. Oh mein Gott. Ein Traum von Mädchen. Oh mein Gott. 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 Achso wir haben eine Wettdecke für mich gekauft, ein Kissen, Stoffkirche. Zwei Mäuse. Ja. Zwei Mäuse. Ganz süß. Ja ich habe die zwei Mäuse gekauft und mein Vater kauft für mich einen Hasen. Das ist doch so süß. Und jetzt gehen wir dann essen. Und da nehme ich euch vielleicht an. Eventuell mit euch. Eventuell. Bei Ikea gibt es ja immer dieses schwedisches Essen. Essen. Können wir machen. Ja. Essen voll geil. Es ist so heiß. Also sagen wir so. Ich finde es total heiß. Aber ich habe auch eine schwarze lange Hose an. Meine Schwester auch. Voll und fliegt. Und wir gehen jetzt nochmal zu Ikea um zu essen. Weil dort gibt es das richtig geile Essen. Also mein Deutsch. Mit dieser schwedischen Fatruller. Ja die sind richtig lecker. Ich esse die. Oh Mann. Aber ich kann die nicht essen. Also ich nehme euch dann auch mit hoch ins Restaurant. Aber nicht viel. Und ich nehme euch zum Beispiel. Ich nehme euch jetztten, dass ihr seid. Wenn ihr seid. Dann wpricht euch das. Schöpchen. Und dann wieder nach oben. Dann rufen uns auf die Quartelle. Und dann. Dann rufen uns auf die Quartelle. Geht euch eben. Jetzt ver ich. Wir gehen jetzt hoch und hier sind so die ganz großen Morgens aus, aber ihr seht es. Ich hoffe, ich habe euch hier bekommen heute. Heute reicht... Ich meine, heute fahrt ich... Ich komme nie ohne Stofftiere aus Ikea raus, Leute. Also deswegen geht nie mit mir zu Ikea. Mein Mini-Vlog. Was euch gefallen hat, gib mir ein Däumchen nach oben. Was euch nicht gefallen hat, gib mir zwei Däumchen nach oben. Und hier unten, wie du mich kochst, musst du abonnieren, denn weniger ist immer scheiße. Und ich lieb euch, bis zum nächsten Mal.